Hallo Herr Krempel. Hallo Frau Paulus. Würden Sie das Projekt wieder machen? Jederzeit. Was hat es Ihnen gebracht? Oh, sehr viel Raum in unserer Werkstatt und sehr viel Ersparnis auf dem Konto. Das ist erfreulich. Wie gehen die Mitarbeiter damit um? Super, es wird total angenommen und wir können nichts Negatives bislang berichten. Untertitelung des ZDF, 2020